Ja, jetzt sind wir da hier. Kristallsaal, Mädchensitzung. Ganz ehrlich, wenn die das rauskriegen, reißen die mir den Arsch auf. Ich meine, ja, ich bin jetzt wirklich hübsch, aber ob das klappt? So ein Scheiß könnt ihr nur ihr euch ausdenken. Hallo, mein Name ist Leonie Schmid. Ich bin Praktikantin aus Osteuropa bei Radio Köln und korrekte live von der Mädchensitzung Schelzig. Sehr schön, sehr schön. Jetzt geht mir gerade echt die Düse, denn ich muss aufs Klo. Ohne Scheiß, wenn ihr mich auf der Toilette enttannt, dann ist hier Zapfen streich, da bin ich richtig am Arten. Aber ich muss, ich kann jetzt schlechthaus heranflogen. Darf ich Sie vielleicht auf eine Zigarette anschnorren? Ich kann Ihnen als Tauscher Tampon anbieten. Das hält wahrscheinlich gar nicht auf, oder? Das ist doch ein Mann, ne? Na, ich bin Austauschbude. Ja, ja. Jetzt wird es gleich sehr lustig. Nur du und ich, ich und du, du, du mit nix in der Täsch. Köln-Stadt-Käsch. Nix in der Täsch. Köln-Stadt-Käsch. Nix in der Täsch. Köln-Stadt-Käsch. Und egal, was passiert, wir werden uns liebhaben, oder? Auf jeden Fall. Ja? Natürlich. Natürlich. Das finde ich echt toll. Weil eigentlich... Ich finde das echt klasse, so ein schönes Rotkäppchen zu haben. Heiß ich Lars. Und ihr seid nicht böse. Überhaupt. Also, ich fand es total schön. Ich habe meine Aufgabe bestanden. Ich bin hier draufgegangen. Ich hatte keine Angst. Super. Denkt euch mal was richtig Hartes aus, ja? Nein. Mädchensitzung. Alla. Radio Köln. Alla. Lars Schmidt ist total cool. Alla. Und tschüss. Nix in der Täsch. Köln-Stadt-Käsch. Kommt. Und tschüss. Köln-Stadt-Käsch. Kommt. 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 Bis zum nächsten Mal.